Zack Foto Zack Noch ein Foto Jesus liebt mich da Ach der haut ab Ich hab beim letzten mal der ist verreckt Und damit Hey und willkommen Zu einer weiteren Runde Oh ich muss meine Waffe wechseln Was heißt weiterer Runde ja zu Bioshock 1 weiter Das Geschütz ist wieder Am Start ich freue mich Ähm Über der Shotgun Wären wir mal den ionischen Schrot aus Einfach aus Prinzip Wir würden uns die Pistaddies nicht mehr so auf den Sack gehen Erstmal Foto gemacht ich hab nichts erkannt Guck mal das Bild erkennt auch nichts Hey erhöht euch Schaden Liederspeicher sind für Antipersonenmonition Und Hitze Äh Hab ich eventuell was lang gebraucht haben Ja Was ist das er? Einen Gebertron habe ich Schrot, Bibel Was ist das er? Genbank Bei euch auch nicht Noch mehr im Gebertron Da haben wir doch mal nach Ja auch der eine Schuss ausgebracht Ein Gathos Garden Automat Wie schön Ich weiß überhaupt nicht ach wie sind wir hergekommen Security Security Diese verdammten Sicherheitskameras markieren sie ihr Feinde mit unserem Foto Fotoelektrischen Insekten Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde Ja Das mit dem Hypnotize Daddy's bringt mir eh nicht so viel Tricksen sie das Sicherheitssystem aus Setzen sie Roboter und Geschütze gegen ihre Gegner ein Eval of today Eval of today Zack Need headspace erforschen Bonus Objektive Ich bin einfach einsam Ich bin allein Ey warum schießt der zurück alter Scheiße Feuchtgeschlechtlich da runterfall Also nicht da runterfall Ich schade am Schaden kriege Scheiße Was liegt da? Da liegt ne Shotgun Kann ich da jetzt auch irgendwie hoch? Oha Nein Falsch das Nein Und der Kiste ist nichts außer so'n Ding Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende etwas mit all deinen verrückten Ideen die ich seit dem Krieg hatte Zu einem großen ganzen zusammenfügte Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen Sie erschafft neues Gewebe Ich kann die DNS verändern Ein schwarzer kann als weißer wieder gewohlen werden Ein großer Mensch als kleiner Ein schwacher Mensch als starker Aber die Schnecken allein sind nicht genug Ich werde Geld brauchen Und noch etwas anderes So und wir wissen ja was aus denen wird Du siehst mich nicht dann Scheiße Feitsch das da Hacken wir dich kurz Kamera Ziptziptziptzip�� Zu Zieptziptzip Zip 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 Da Dada Everyday Dann Da ist schon allesn Ding So undız So Zip gehackt kuchen dinge auf pistole mg patronen das wird hier verkauft antikasone kuhnen einbrächer ist gerade nicht mutter ist kein thema weil ich mich gerade voll erschreckt hat dann schießt sich doch mal fotos so allein allein ist mir egal dass du allein bist ist nicht mein bier ich wollte das ding eben oder so dann geht es hier nach oben so und so passt bist du das keine ahnung geht jetzt besser erst mal fotos schießen ausregt so bam junge das sind aber das liegt jetzt meister die bringen mir nix ich brauche die lösung oder ist es die wir sterben danke mein gott herbring herbring finde ich gut dass wir an den pep regel vielleicht mal nice geld 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 ist immer gut so da ist jetzt so ein audio ding den baum die doch dr tennbaum liebe habe ich mich wegen des nachschubs an von tans schmuggler in port neptune gewandt damit ich weiter machen kann von tans männer sind schwanker und sie stinken zum himmel tote kram das sind deko kram und sie stellen keine fragen sie haben alle schrecklich noch mehr deko kram und sie stelle erinnert mich ein bisschen an die deutschen so effizient es würde mich nicht wundern wenn er hier unten schon bald das regiment übernehmen würde so wo ich überhaupt bin ich muss fotos machen also da komme ich ja nicht mehr zurück wo mich überhaupt hin gehen mal verkaufte bot abschaltung view in vent steht hier nicht irgendwo ziel acht spider splice muss ich fotografieren naja ich habe fünf filmen jetzt mit mir wir gehen wir gehen doch hier ist okay wir haben judas fotografiert ja das ist gut der judas den ich fotografiert hab direkt noch ein damit du mich immer nice vorschrift weil das weißer gar nicht können die verbandskästen können wir noch so nett losgemacht 23 wo wo ich die 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 patroon scheiße ich dachte ich habe gerade schnell zwei fotos gemacht das haben wir hier erst mal wereld die vielleicht co ganz optimal doch auch die maßor so gehackt so kauf mal lieber zwei verband sicher ist sicher ich kenne mich ich krieg ziemlich schnell weise spielen das mal ich hoffe es war jetzt so durch mich oder ich bin du bist du nicht mal ich werde ich da hoch springen aber was ist das spannend dass ich wieder da ich will dahin ich will dahin so jetzt hier jump and run skills nice schrot bringen wir uns das bier oh bier gibt mir leben nevermind ein bier gibt mir leben zwei wir geben mir danke da ist so eine vita gemma das so eine genbank ich weiß gar nicht wie viel die bringt was haben wir hier die spritzern aber auch limit erreicht was haben wir hier geht jetzt besser bonus das war ein alter die verleiht ihn so etwas wie er den 16 sie sehen dinge die sie sonst übersehen hätten und entdecken dinge die sie sonst liegen lassen hätten man könnte meinen sie hätten mit dem typ ein röntgenblick was ist das denn ihr flink hackers die leid schild bei der basis geben wir uns hören der war meint also was war das was gar nicht ich glaube das war die falsche stoff ja hattest du schon gesagt das sind keine blutrünstigen kriminellen das künstler und tennisspieler aber nicht von bezahlten killern aber ihr anführer dieser von zehn der kennt sich mit gar ein ganz genau aus selbst macht sich die hände nicht schmutzig er lässt aber durchblicken dass mit ihm nicht zu spaßen ist und dann hat er das schrott habe ich schon hier sind fässer die komisch gelagert sind ryan klopp bier ich bin im pub oder so ich bin im pub ich überhaupt lang ich habe keine ahnung was passiert ich werde mich heute wieder verspäten rosenberg will mit mir über fontaine sprechen ich versuche hier einen ordentlichen finanzmarkt aufzubauen und alles woran dieser idiot denken kann dann ist adam hier und geniht der große gedanke dass meine frau und mein sohn in diesem dreckigen urboot stecken macht mich abend hilf mir sie zu retten dann stehe ich auf ewig in deiner schuld warte ich hab doch was ist hat nicht so geklappt wie ich es gerne hätte es ist noch nicht vorbei sie geben hier hat das dann eingebaut oder das war jetzt lucky ja ja gg abschließend kamera hallo das ist da ich weiß ja nicht was ich mache ich bin hier einfach nur rum und hoffe ich dann irgendwann die story dann da schon ein film ich richtig aber ich weiß wo ich bin ok ich habe was spannendes machen würde ich aber trotzdem gerne mal oben lang gehen einfach um zu gucken ob hier noch irgendwas der ist ja noch explodiert was ist denn das das objekt ist tot ja tut mir leid sorry aber trotzdem antipersonenmolizieren drei dollar drei dollar erneut keine fähigkeit habe ich mir schon sprich habe keine jungen schrott ich lasse mich aufs los springen mein gott ich will nur gucken ob da irgendwas wichtig ist dann dass man sich nicht noch aus 123 ok also hier war noch ein klo ist das nix drin aber unter leute untersuchen nicht nix hoch ich habe zum glück im moment noch oder dem boden aus dem boden zack geben wir mal kurz ein foto da liegt was sagt ob man der pistole dabei guckt ja so zwei dollern drei dollern ist noch mehr geld was das sind ach das ist der wandkasten 6 dollar schade nur ein dollar hier ist eine mediestation schade nur ein Vielen Dank.